Die Truppe steht bereit, Sir. Gute Arbeit, Sergeant. Also dann, Leute, gehen wir. Wir haben nicht viel Zeit. Ihr habt ihn gehört wieder. Bringt euer Plastik in Schwung. Bulli, siehst gut aus. Gut gemacht, Jungs. Hey, wirklich beeindruckend. Ach, ich bin schon ganz aufgeregt. Falsche Richtung, Rex. Hey, Slinky, hol's dir. Weil dich. Ja, Schatz. Meine Arme sind schon ganz lahm. Na toll, jetzt hab ich's auch noch im Rücken. Hey, was bitte machst du denn da? Ich bin der Aufpasser. Also dann, weiter, bewegt euch. Aufgepasst, Cowboy. Hey, Jessie. Jeha. Ja, nicht so übel, he? Seht euch das an. Und ihr habt euch Sorgen gemacht. Ich hab doch gesagt, dass wir toll aussehen. Was? Wo bist du denn gewesen? Entschuldigung, ich hab die ganze Nacht an dieser Kleinigkeit gebastelt. Hey, wow. Seht euch, das hat sich echte Handarbeit. Das ist nichts Besonderes. Einfaches Vakuumform-Polykarbonat mit einer hochwertigen Glanzversiegelung, damit es schön glänzt. Hey. Unseres leuchtet wenigstens. Ach so, ja. Also das ist wirklich toll. Ja. Ach jetzt komm, Woody. Du machst das. Also gut, von mir aus. Was hab ich gesagt? Also das ist beeindruckend. Ja? Ja, es sieht wirklich nicht schlecht aus. Ich hätte es selber auch nicht anders gemacht. Das hab ich gesehen. Hallo. Was machen wir bloß? Benutz deinen Kopf. Aber ich will meinen Kopf nicht benutzen. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Unser Ende geht aufs College. Mom, ich fahr erst am Freitag. Was wird jetzt mit deinen ganzen Spielsachen? Wir könnten sie spenden. Mom, wer will denn gebrauchtes Spielzeug haben? Was kapiert ihr nicht? Wir sind geliefert. Ausgemistet. Am Ende. Macht euch mal locker. Wir haben alle gewusst, dass dieser Tag kommt. Werden wir weggeschmissen? Nein, niemand wird weggeschmissen. Aber es spielt keiner mehr mit uns. Macht mal halblang. Keiner muss hysterisch werden. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Hysterisch zu werden. Sollten wir hysterisch werden? Nein, ja. Irgendwann vielleicht, aber nicht jetzt. Neues Spielzeug. Endlich spielt wieder jemand mit mir. Wo ist meine Nase? Sie ist hier. Hier, dein Arm. Es gehört mir. Schatz, mein Schnauzbart. Wir brechen hier aus. Auf drei. Eins. Drei. Ist so unendlich kalt. Und noch viel weiter. Hey Leute, lasst uns checken, wie viel wir bei Ebay wert sind. Unser Endi geht aufs College. Ich kann's noch gar nicht fassen. Was wird jetzt mit deinen ganzen Spielsachen? Okay, bleibt cool. Kein Grund zur Panik. Wo bringt sie uns hin? Ich hätte wissen müssen, dass sowas passiert. Alles wird gut, Jessie. Oh, ich hasse diese Ungewissheit. Neues Spielzeug. Ja! Was leid ihr? Auf neuer Mission. Willkommen in Sunnyside. Ihr werdet sehen, hier ist es wie im Spielzeughimmel. Darf ich mal? Oh. Du datest ein Dino im Internet? Oh, das ist nur ein Plastikdino aus der Umgebung. Total unwichtig. Ich kümmere mich drum. Ist nur ein Dinosaurier. Ken, wir haben Gäste. Na, wer hat Lust auf Kens Traumtour? Zeigen wir unseren neuen Freunden ihr neues Zuhause. Okay, Freunde, bitte folgt mir einfach. Hi, ich bin Ken. Barbie. Ich liebe deine Stulpen. Wahnsinnskrawatte. Wir können hier ein ganz neues Leben anfangen, Woody. Wir sind Endyspielzeuge. Kommt, spielt mit mir. Äh, Rex? Sie sind verrückt nach neuen Spielzeugen. Stimmt doch, oder? Ist unter den Neuen was Brauchbares dabei? Oh, bitte. Der Weltraumtyp könnte nützlich sein. Logo ist das heute hier. Was erwartest du von einem Mädchenspielzeug? Ich bin kein Mädchenspielzeug, bin ich nicht. Du hast ein Date mit dem Schicksal. Er sucht nach uns. Andy sucht nach uns. Hör zu, wir brechen hier aus. Okay, folgt mir. Wir müssen dich zu Andy bringen, bevor er morgen abreist. Hallo? Von hier gibt es kein Entkommen. Wichtig ist, dass wir jetzt zusammenbleiben. Das schafft es nicht. Ich bin überprüft. Wo ist der Kartoffelkopf? Ihr werdet mir nie glauben, was mir heute Nacht passiert ist. Na schön, Leute, es geht los. Was? Was? Das ist nicht zu fassen. Was? Wo steckst du nur wieder? Hier drüben, Budi. Das musst du dir ansehen. Was machst du denn da? Mit dieser Brille siehst du alles in der dritten Dimension. Was? Gib mal her. Wow. Hier, ich zeig's dir. Das ist ja 3D. Howdy, Jungs. Ich bin in 3D. Ich bin so weit, Woody. Äh, Rex? Du bist nicht in 3D? Natürlich bin ich in 3D. Oh, das ist sowas von peinlich. Leute, seht mal, jetzt passt 3D. Reingelegt. 3D. 3D. Hallo? Gleich spielt jemand mit mir. Ist aber nicht dein Ernst mit der Mütze, Rick. Hm? Die Mütze. Das steht im Vertrag. Das steht im Vertrag. Du brauchst einen guten Anwalt, der streicht das alles raus. Disney will immer, dass die Sprecher die Klamotten anziehen. Du musst dich mal durchsetzen. Du bist einfach zu weich. Das ist ja doch nicht so gefallen. Bist du nicht irgendjemand. Du bist aus wie ein Hampelmann. Total, wie ein Kasper. Nie im Leben würde ich sowas anziehen. Nie. Nie. Bin doch kein Idiot. Toy Story 3. Jetzt im Kino. Ich bin Dino und kommt im Kino. Oh. 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 Ah. Oh. Das war's.